Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum June 2000 und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, also ich nehme es dir halt direkt danach auf, aber wir waren ja beim letzten Mal hier, haben wir ja hier den Angriff vorbereitet, sozusagen, und der Söldner, der hat ja auch schon einiges an Einheiten schön platt gefahren. Und, ja, da geht's hier direkt los, wie gesagt, willkommen zurück bei June 2000 hier, ich würde mal sagen, wir haben hier unsere Basis schon fertig aufgebaut beim letzten Mal und, jo, würde ich mal sagen, baue ich jetzt hier die Deviatoren weiter und wir wollten ja hier den angreifen, genau, da würde ich sagen, mache ich das einfach mal. So, dann geht ihr mal bitte auf die Belagerungswaffe da. So, der trifft nämlich nicht, seht ihr, der kann nix. So, Freunde, dann geht's hier direkt actiongeladen los. Nicht so wie beim letzten Mal, war ja ein bisschen langweilig beim letzten Mal. So, Saboteur bereit, sehr gut. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier den Imperator platt mit seinen Sadukas. So, zack, weg mit dem, weg mit den Sadukas hier. So, ähm, wie wir sehen, der hat uns ja ziemlich genervt, der Imperator. Der hat nur einen Raumhafen und eine schwere Raumhafenfabrik. Mehr hat der noch nicht mal. Das ist ja so krass. Da haben wir zumindest schon mal einen Angriff jetzt, einen Angriffspot jetzt erstmal weniger, Freunde. Wir wurden ja da eben im letzten Part dauernd angegriffen. Und jetzt entledigen wir uns mal der Angriffe hier. So, würde ich mal sagen, macht die mal kaputt hier. So, jo, Freunde, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei diesem schönen alten Spiel. Und, ja. Genau, das war das, was ich sagen wollte. Gut, würde ich mal sagen, baue ich weiter durch weitere Deviatoren. Oh, jetzt kommt der Harkonnen-Typ. Warum kommt denn jetzt der Harkonnen-Typ? Ich wollte eigentlich den Atreides-Typ angreifen. Verdammt, dann macht die mal kaputt da, den Brocken. Ach, was freue ich mich, wenn wir die spielen können, die Dicken. Das wird cool. So. Ah, okay. Gut, der Imperator ist weg. Ja, der Imperator wurde ausgelöscht. Sehr gut, Freunde. Einer von drei Gegnern ist weg. Einer von drei Gegnern ist weg. So, würde ich mal sagen, äh, braue ich gleich mal weitere Einheiten. Gut, aber erst wird die hier platt machen. Ach, der kaputt. So. Ah, Manneken. Verdammt. So, egal. Die Belagerungswaffe. So, gut. Gut, dann. Ah, nein. Ah, jetzt kommt eine Rakete. Wir haben eigentlich den ungefährlichsten, ne? Hier sehen wir, wie die Rakete hochfliegt. Die kam nämlich aus dem Harkonnen-Palast, Freunde. Ich kann hier im Raumhafen nichts bestellen. Das ist das Problem. Gut, da bauen wir halt ein paar Kampfpanzer. Wo sind die ganzen Truppen von dem Söldner hin? Ja, danke. Toll. Neue Energie bauen. Super. Du bist lustig, Typ. Zu wenig Energie. Zu wenig Energie. Mann. Noch vier Minuten. Und der Junten baut weiter fleißig Sammler, ne? Würde ich sagen. Klaue ich sehen die alle mal. Gut, bauen wir noch einen Quad. So. Dann. Jo, Freunde. Wie gesagt. Schöner Samstagabend hier. Draußen wütet weiter der Karneval. Ähm. Ja. Und ich habe nichts mehr anderes zu tun, als die Jun 2000 aufzunehmen. Was mir sehr viel Spaß macht mit euch. Genau. Gut, dann. Das Manneken kann man versuchen, da oben die Kaserne platz zu machen. Ah. Schaut mal. Wir haben wieder Saboteure. Wir haben wieder Saboteure. Wie mache ich das am besten? Ich glaube... Auch zu dem Atreides-Typen. Ja, ja. Auch zu dem Atreides-Typen. Moment. Wir haben noch einen mehr. Ja. Wir haben einen mehr hier. So. Gut. Würde ich sagen. Gehen wir mit den Imperator-Truppen... Ach, Imperator. Gehen wir mit den Söldner-Truppen dahin. Und, äh... Genau. Die Belagerungseinheit platt machen ist gar nicht mal so schlecht. Mach den kaputt los. Nicht auf den Kampfpanzer. Das ist doch dumm, ey. Besser die Belagerung... Mach den mal kaputt da. So. Und... Mach dein eigenes Mäniken-Platte. Da kommt wieder ein Luftangriff. Das ist natürlich jetzt nicht so doll, ne? Oh, was macht... Oh, voll auf meinen Raumhafen. Scheiße, Freunde. Und auf meine Silos vor allem. Na toll. Ist das kaputt? Ne, ist nicht kaputt. Sehr gut. Das haben wir überstanden. Alles klar. Gut, dann... Weiter Panzer bauen. Einfach weiter Panzer bauen. Und im Raumhafen kann ich mir... Weitere holen. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld. Ja, ist okay. Wo sind meine Söldner? Zu wenig Geld. Meine Söldner. Meine Saboteure. Wo sind überhaupt meine Deviatoren? Na, hier. Okay. Ja. Genau, hier. Sehr gut. Dann bleib du mal hier. Noch vier Minuten. Einmal verhalten. Die können sich mal hier hinstellen. Der kann hingehen jetzt. Die Kaserne platt machen. Genau. So, dann mach mal... Mach dich mal... Jetzt unsichtbar. So. Da ist nämlich eine Belagerungswaffe. Aufpassen. Aufpassen. Oh Gott. So, dann... Mach die kaputt. Zack. Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen... Gehe ich mal weiter hier. Im Text. Mach die Energie von dem Blatt. Los. So. Kein Bock mehr auf den Arthritis-Typen. So. Ja, das ist auch immer ganz cool hier, das zu sehen. Hier so sneaky. So, dann machen wir hier. Zack. Und dann gehen wir da rein. Das finde ich jetzt nicht so schön. Achso, okay. Alles klar. Nee, nee. Alles gut. Nein. Ich hab den doch... Ach, egal. So, das hat gepasst. Sehr schön. Okay. Okay, gut. Ja. Ja. Was macht der jetzt? Ja. Mach dich mal unsichtbar. Ja, mein Komme. Was macht der jetzt? Der will auf meine... Saboteure oder was? Warum? Warum sieht der denn jetzt? Warum sehen die den? Egal, das passt. Sehr schön. Bats. Sehr schön. Gut. Ähm. Würde ich sagen, lauf mal hier unten weiter rum. Was? Ah, okay. Hier. Na gut, dann... Geh du mal zurück und schieß mal auf den da oder so. Hm. Keine Ahnung. Ja, mein Komme. So, dann geh ich jetzt mal hier unten hin. Genau. Gut, dann gehst du mal und mach mal hier den Raketenturm kaputt. So. Gut, hier geht mal ein bisschen weiter. Mach den mal unsichtbar. Und zack, der macht den anderen Raketenturm platt. Auch unsichtbar machen, bitte. So. Und der... Der kann die Energie platt machen. Zack. Und unsichtbar machen. Nein, warum sehen die den? Verdammt. Egal. Egal, komm, 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 komm. Bats. Sehr schön, Freunde. Das ist gut. Jetzt haben wir den schon mal entscheidend geschwächt hier mit unseren Saboteuren. Sehr, sehr gut. Und ich hab mal wieder vergessen, meine Uhr anzumachen. Ach, verdammt. Ähm. 23 Minuten, so. Alles klar, aber jetzt geht's. Ja, ja. So, würde ich mal sagen, hab ich jetzt wieder ein paar Einheiten zusammen. Können wir dem Typen hier gleich mal den Rest geben, wenn der hier oben angreift. Er geht angreifen, alles klar, das war's schon. Okay. Darauf hab ich nur gewartet. Alles klar, dann marschieren wir mal zusammen los. So, was ist mit meinen Deviatoren? Der ist weg. Warum ist der weg? Okay. Dann fahr du mal hier hin. So. Würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal einen kombinierten Angriff und dann kriegen wir den hier platt. Genau. So. Einmal kurz zwischenspeichern. Machen wir den Sammler kaputt hier. So. Hä, was? Hab ich hier einen... Ah, ich hab hier einen Dings. Okay. Ne, lass ihn mal da. Ne, ne. Okay, gut. Hä, 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 hä. So, dann... Ja, zusammen schaffen wir das locker. Komm. Zusammen schaffen wir das. Die Främen auch. Hier oben die Främen. Egal. So, mach den Schallpanzer weg. Los. Nicht auf die Mauer, sondern hier auf den Schallpanzer. So. Weg damit. Hier mit... Hier weg mit dem Raketenpanzer. So, haben wir hier noch. Und hier noch. Und zack. Und zack. So. So, genau. Weg mit dem Schallpanzer. Direkt wegmachen. Direkt wegmachen. Ah, der ist zum Glück blöd. So. Dann... Hier den wegmachen. Der macht die Sammler kaputt. Das ist schon mal ganz gut. So. Dann... Mach den Raketenturm weg. Scheiß Wüstentruppen. So. Gut. Würde ich sagen. Bats. Dann können wir ja angreifen. Alles klar. Der Atreides-Typ ist gleich Geschichte, Freunde. Sehr schön. Überlagerungswaffe. Raumhafen wegmachen. Ganz wichtig. Ah, ich hab wieder kein Geld. Der Raketenabschuss. Okay. Jetzt hab ich nur noch den Hakon-Typ gleich. Bats. Sehr gut. Saboteur bereit. So. Da sind wir ja schon ganz gut durchgekommen hier, ne? Würde ich mal sagen. Bats. So. Ah. Ich wusste es, ey. Energie mal wieder. Zu wenig Energie. Gebäude verloren. Leute. Der Typ hört sich irgendwie an, als würde er mir das gönnen, dass ich hier so leide. So. Oh Gott. Der hat ganz schön viel verloren. Ja gut, dann mach das mal so. Dann kümmern wir uns mal weiter um den Angriff hier. Bats. Sehr schön. Auf dem Bauhof. Ganz wichtig. Auf dem Bauhof. Ah ne, der macht nicht Energie. Okay, dann. Bats. Sehr gut. Dann auf dem Bauhof. So. Sehr, sehr geil, Freunde. Den Atreides-Typen, den haben wir. Sehr gut. So. Dann weitere Kampfpanzer. Bats. Und hier. Den scheiß Bauhof. Die Flugangriffe, die Luftangriffe, die kann er schon nicht mehr machen. Das war seine Hightech-Fabrik und die ist kaputt. So. Ja, sehr geil. Zusammen mit dem Söldner ist das kein Ding. So. Würde ich mal sagen. Wo denn schon wieder? Dann. Oh. Boah. Ja gut, dann macht die mal den, der kaputt. Penner. Mach den kaputt. So. Dann den noch kaputt machen. Genau. Ja. Sehr gut. Genau. So. Dann hier. Der kann doch schon nichts mehr machen eigentlich. Der macht hier oben weiter. Das ist schon mal ganz gut. Batsch. So. Raffinerie. Oh, der hat da noch einen Raketenturm. Stehen. Okay. Interessant. Okay. Bau mal weitere Kampfpanzer. So. Dann mach den Sammler hier mal Arsch. Der macht das X-Forschungszentrum platt. Sehr gut. Und Batsch. Und der funktioniert schon gar nicht mehr. Das ist gut. Oh, Frame. Mach die direkt mal weg. Die Frame direkt wegmachen da. So. Schießt einfach drauf. Einfach draufschießen da. So. Alles klar. Dann Raketenturmanzer. Komm mal da weg. So. Uts. Ja. So. Oh, toll. Wie blöd muss man eigentlich sein? Batsch. Sehr gut. Dann den Kackpalast da. Das kann ein bisschen dauern. Aber, ja. Was haben wir denn hier? So. Der Saboteur ist bereit wieder, ne? Oder? Ja, fast. Okay. Gut. Dann Raumhafen. Und hier vibriert wieder alles. Und ja, Freunde. Wie gesagt. Das macht doch sehr viel Spaß hier. Macht den kaputt. Freut mich, dass ihr immer wieder dabei seid. Hier bei June 2000. Wenn euch gefällt, was ihr seht, ja. Lass mal ein Like oder Abo. Da würde mich sehr freuen. Und ja, würde ich sagen. Auf euch. So. Jetzt kommt nur noch der Palast. Warum ist der denn kaputt gegangen? Verarschen? So. Oh, denn. Ah, hier schon wieder. Okay. Ja, jetzt haben wir nur noch den Hakon-Typ als Gegner. Das ist sehr, sehr gut. Aber warum... Ach, da oben. Okay. Dann lass den... Hol den mal ab. Den können wir ja noch gebrauchen hier. Wenn man jetzt hier mal wie ein Flieger so eine Einheit abholt. Über die ganze Map. Richtig gut, Freunde. Richtig gut. Und ja. Muss ich sagen. Haben wir das hier jetzt erstmal? Dann sammle ich mal meine Einheiten für den finalen Schlag hier gegen diesen Hakon-Typen da unten. Aber zuerst muss ich sehen, was da los ist. Also, ich baue mal einen Raider und fahre mal da rein. Ich würde nämlich sehr gerne sehen, was da los ist. Oh, ich habe kein Geld mehr. Oh, da kommt ein Brocken. Da kommt wieder so ein Brocken. Mach den schneller kaputt. Komm. Boah, voll auf die Werkstatt. Ja, ist gut. So. Okay, sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen... Warte mal hier hoch. Ähm. Äh. Saboteure. Genau. Genau, die Lache. Die Lache ist so geil von denen. So. Muss ich sagen. Sammelt euch mal da unten. Hier ist der Atreides-Sammler. Der letzte. Den kann der Söldner machen. Ja. Warum soll ich mich da stressen, Freunde? Das bringt ja nichts. So, dann ist der hier erledigt. Sehr gut. Der ist erledigt. Aber nur noch jetzt hier den Hakon-Typen. So. Der wird nochmal nervig, Freunde. Der wird nochmal richtig nervig. Zack. Atreides wurden ausgelöscht. Das würde ich sagen, speichern wir mal. Und, ja. Dann kann ich jetzt gleich mir die paar Raider hier nehmen. Den hier, um genau... Die beiden hier, um genau zu sein. Und, äh... Mal da reinfahren und mal erkunden. So, dann fahrt mal. Ja. Der Söldner hilft. Das ist sehr gut. Der Söldner hilft. Der Söldner hilft. Oh, haha. Der Flugzeug hier. Na gut. Ähm. Fahr mal hier rein. Los. Ah, ich kann auch hier oben rein. Das stimmt. Ich kann auch hier oben rein, Freunde. Ja, ich kann hier oben rein. Das werde ich auch machen. Ich will wissen, was hier Sache ist. So. Raffinerie. Wo ist der Palast? Ich will wissen, wo der Palast ist. So, wo ist der scheiß Palast von dem? Oh, geil. Ich kann hier schön erkunden. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann rein hier. Einfach rein. Und... Ah, hier ist der Palast. Okay. Mhm. Da ist der Erkundenpalast. Boah, geil. Wir können alles erkunden. Das ist gut, Freunde. Wir sehen alles. Wir sehen alles von dem. Sehr gut. Alles klar. So, dann... Wir sind bereit. Alles klar. Dann würde ich sagen, wollen wir weiter Kampfpatser. Wir haben gewonnen. Und bestellen mal nochmal was. So. Zwei davon, zwei davon, einen davon, zack. Ne. So. Wir sehen alles. Das ist sehr gut. Würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Und wir haben einen Saboteur. Sehr gut. Ich werde das nämlich gleich... Ah, hier kann ich gut rein mit dem Saboteur. Mhm. Wenn ich die Einheiten gleich platt habe... Noch vier Minuten. ...wird ich mit denen gleich reingehen und Harkon Palace platt machen. Das ist jetzt meine Strategie hier. So. Wird gebaut. Ich habe aber irgendwie immer Geldprobleme, ne? Ja, ist egal. Harkonsammler, geil. Mach den mal kaputt. Sehr schön. Sehr schön, ja. Seht ihr das? Jetzt fliegt die Rakete hier los. Zack. Keine Ahnung, wo die hinkommt, aber... Schauen wir mal. Ich habe hier irgendwie Geldprobleme. Ich brauche mehr Sammler, habe ich das Gefühl. Naja. Lass mich raten. Wieder Energie? Noch eine Minute. Ha, gar nichts. Geil, gar nichts. Sehr gut, dann... So kann man es auch machen, ja. Gar nichts getroffen. So. Noch ein paar Einheiten für unten. Dann würde ich sagen, schwäche ich den gleich erstmal. Ihr seid die zwei Saboteure. So. Geht mal da hin. Boah, der baut eine Scheiße. Das ist unfassbar, Freunde. Schaut euch das mal an, was der hier alles baut. Oh. Toll. Toll. Tolle Hilfe. Boah, schau dir das mal an hier. Der baut wie verrückt. Aber das lasse ich nicht länger zu. Wobei, ob das ausreicht, bin ich mir jetzt unsicher. Das gibt gleich eine fette Materialschlacht. Das gibt gleich eine fette Materialschlacht, Freunde. Ich würde sagen, bau weiter. Ne, ne, bau weiter. Ah, Moment. Ich brauche aber irgendwie Sammler. Moment. Ich brauche Sammler. Zu wenig Geld. Dann. Er kommt, okay. Ah, ne. Das ist nur der Imperator. Ach, ich sage immer Imperator zu dem. Der, ähm. Seltener. Ja. Der Seltener ist das. Okay. Ja, schön. Manneken platt machen. Okay. Gut. Der zieht den ein bisschen nach oben. Das finde ich sehr gut. Das reicht nicht. Für diese Einheitenmassen reicht das nicht. Einheitenmassen. Ah, nein. Jetzt kommt er hier hin. Saboteure geht mal weg. Ja, mein Kommandeur. Jetzt kommt er hier hin. Alles klar. Ja, gut. Dann. Macht mal. Der, ähm. Seltener kommt auch. Sehr gut. Ach, du Scheiße. Der baut auch immer nur die fetten Dinger, ne? Die Brocken hier. So, macht den mal kaputt hier. So. Alles klar. Neue Saboteur. Wobei, das können wir machen. Wenn die Häppchenweise kommen, können wir das zusammen mit dem Seltener, können wir die platt machen. Hier, die Einheiten. Ja, wartet mal auf den. Ja, wartet mal auf den. So. Dann macht mal. Geht mal auf den Brocken hier. Dann geht mal auf den Brocken. Los. Schießt den Brocken kaputt. Los. Boah. Braucht der viele Schüsse. Das ist unfassbar. So. Weg damit. Sehr gut. Der Dings hilft uns auch. Der Söldner. Sehr gut. Zusammen kriegen wir die. Komm. So. Zusammen schaffen wir die. Los. Woa. Der ist noch so ein Brocken, ey. Dann machen wir die ganzen anderen Einheiten erstmal platt. Oh, Moment. Bevor der sich hier in die Luft sprengt. Mach den kaputt. Los. Den auch. So. Die Saboteure können mal da hinkommen. Wo sind die? Da. Okay. Gut. Mhm. Geil. Die haben wir. Gut. Der hat nicht alles losgeschickt, ne? Der hat nicht alles geschickt. So. Dann machen wir den hier im Arsch. So. Die Saboteure sind da. Als erstes Ziel der Hakon Palast. Das Ding. Das ist nämlich mega nervig. Nein, 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 nein. So. Schießt das doch im Arsch hier. Verdammt. So. Dann macht den Brocken mal kaputt. Ja, genau. One. One hit hier. Meine Einheiten. So. Raketenpanzer. Sehr schön. So. Dann macht ihr mal das Ding da im Arsch. Diesen Turm da. Mach den mal kaputt da. So. Wisst ihr was? Das nutze ich jetzt mal. Diese kurze Unaufmerksamkeit. Und bomb mal den Palast weg. Nein, nein, nein. Reicht das denn? Warte. Mach den jetzt unsichtbar. So. Ähm. Erst. Ne. Erst die Waffenfabrik. So rum. Erst die Waffenfabrik. Nein, dann. Dann geh auf den Turm. Wenn die den sehen, dann. Batsch. Weg damit. Ja. Sehr gut. Dann auf die Waffenfabrik. Wow. Das ist so sneaky hier. Ja. Geh mal. Mach den Raketenturm im Arsch. Wenn sie sagen. So. Dann. Ja. Mein Korrekt. Batsch. Sehr gut. Wenn sie sagen. Mach den unsichtbar. Los. Wir hatten einen neuen Turm gebaut. Alter Schwede. Ja. Mach den direkt kaputt. Los. Da war das jetzt offiziell ein Fail. Mit den Saboteuren. So. Versuch's einfach. Mit Vergnügen. So. Zack. Zack. So. Dann. Nein. Jetzt wird doch nicht sichtbar. Ha. Verdammt. Warum wird der sichtbar? Das ist so blöd. Naja. Egal. Freunde. Wir haben jetzt erstmal unsere Ruhe vor dem. Was ist denn hier? Kaputt gegangen? Okay. Reparieren wir das Ganze. So. Ich brauche jetzt einfach nur Einheiten produzieren. Da kann ich hier eigentlich das Spiel speichern und die Geschwindigkeit hoch machen. So. Ja. Nach dem Sammler im Arsch. So. Er ist mein Saboteur. Okay. So. Würde ich sagen, muss ich jetzt einfach nur Massen an Einheiten bauen hier. So. Gut. Hier kommen zwei Raketenpanzer. Sehr schön. Gut. Ja. Toll ey. Raumhafen ist nutzlos. Der ist mega nutzlos. Naja. Egal. Gut. Würde ich mal sagen. Weitere Kampfpanzer. Und einmal auf euch hier. Noch drei Minuten. Raketenabschuss geortet. Noch zwei Minuten. Da ist die Kacke. Den Palast hätte ich gerne ihm weggenommen, aber. Wieder eine Energie. Ja toll. Wieder eine Energie. Zu wenig Energie. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Wir sind bereit. Jetzt geht's hier ab. Ah. Der macht wieder ein bisschen Stress hier. Das finde ich gut. Einheit bereit. So. Dann. Saboteur ist wieder fertig. Sehr gut. Einheit bereit. Dann das und das. Energie. So. Jawohl, Leute. Würde ich mal sagen. Schaffen wir den. Ja, ist gut. Ich baue doch hier schon. So. Ah, deswegen. Hier, weil die halb kaputt ist. Die eine da. So. Gut. Dann hier. Zack. Zack. Raumhafen. Zack. Zack. So. Boah, der baut eine Scheiße hier. Das ist unglaublich, Freunde. So, der geht wieder angreifen. Das ist gut. Einheit bereit. Wird gebaut. So. Sehr gut. Die Einheiten sammeln sich wieder, Freunde. Nach zwei Minuten. Gut. Ja, wie geht's euch so? Ähm. Mir geht's ganz gut an diesem Wochenende. Nicht viel zu tun gehabt. Der Karneval steht, wie gesagt, vor der Tür. In Form von grölenden Menschen. Aber auch, wir werden auch mitmachen dieses Jahr. Also, meine Frau möchte unbedingt auf den Rosenmontagszug. Hier in Köln. Aber, das kann ich ihr halt nicht ausschlagen. Das ist dann halt so. Und dann macht man das halt. Und ja, bin ich mal gespannt. Feiert ihr Karneval? Ich war ja auf eure Antwort gespannt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Sehr gut. Dir war ein guter Job hier. So. Würde ich sagen, nochmal speichern. Spielet ihr speichern? So. Da kommen doch noch mehr Einheiten zusammen. Da kommen richtig viele Einheiten jetzt gerade zusammen. Sehr, sehr gut. So. Gut. Dann würde ich sagen, wollen wir weiter Quatsch hier. Dann muss dieser Angriff jetzt mal ausreichen. Um hier die ganzen Dinger platz zu machen. Das ist ja krass. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Ich kann mit den Saboteuren hier oben durch. Zum Beispiel die ganze Energie mal platt machen. Das wäre es doch. Nicht hier durch das Schwerbefestigte. Ja, ja. Das ist es. So. Weitere Einheiten. Sehr schön, Freunde. Das ist ein Würmchen. Okay. Gut. Warte, der macht ein bisschen Stress hier. Das ist ganz gut eigentlich. Sonst ist der ja nicht so eine große Hilfe. Aber, ja. Ach. Wenn er jetzt auf meine Einheiten die schmeißt, ne? Dann kriege ich echt die Krise. Wow. Was war das denn? Oh, fall auf mein X-Forschungszentrum. Der Deviator ist natürlich weg. Ist klar. Das ist hier nicht so wie der Commander Conker, wo die Option erhalten bleibt. Ne, ne. Die ist dann weg, die Option. Ja, meine Uhr klingelt gleich, aber ich glaube, Freunde, als letzten Part der Mission würde ich sagen... Ja, der hat schon einiges hier. Aber das reicht, glaube ich. Das sollte reichen hier mit dem Angriff. So, und wenn nicht, habe ich ja noch die Saboteure. Oh Gott, warum sind die kaputt? Naja, egal. So, dann... Nehmen wir die mal und gehen mal hier unten hin. Eineinhalb Minuten ist die... ...zeit um, aber... Ich glaube, den Angriff zeige ich euch noch. Beziehungsweise, das muss jetzt reichen für den Part. So. Die Mission hatte dann irgendwie fünf Parts oder so. Haha, schon krass, ja. So, dann... Mach mal den Brocken weg. Los. Mach den Brocken kaputt. Boah, die machen so wenig Schaden an dem, ne? Das ist so krass. Will der sich etwa... Boah, ich dachte, der will sich jetzt hier in die Luft sprengen. Ah, wir haben hier Unterstützung. Das ist ganz gut. Saboteur bereit. Wow. Viele kleinen Sachen hat der, ja. So. Ja, der kann den... ...schön die Angriffe auf sich ziehen. Das ist gar nicht mal schlecht. So. Dann muss das jetzt endlich mal reichen hier. Freunde. So. Würde ich mal sagen, mach den Brocken im Arsch. So. Und dann den Raketenpanzer hier. Die Saboteur, komm mal hier runter. Gut. Dann würde ich sagen, mach mal hier das alles im Arsch hier. So. Ähm. Meine Güte. Hat der viel, ja. Der hat echt viel. Ein Rätsel los. Dann mach den Tome im Arsch. So. Und wir sehen, die Uhr klingelt. Aber, ja, das mach ich jetzt noch eben. Ich glaub, die Mission ist gleich vorbei. Deswegen, äh... So, wo sind meine? Da sind sie. Okay, gut. Stell euch mal da hin. Die Mission machen wir jetzt noch. Dann hat dieser Part halt 5 Minuten Überlänge oder so. Aber, ja. Die Mission ist ja gleich vorbei, deswegen. Und mach den scheiß Palast platt. Los. Scheiß Palast wegmachen. So. Der hält aber nicht so viel aus. Der hält nicht so viel aus wie bei den Atreides. Nee, nee. Der ist, äh, billiger ein bisschen. Also schwächer gepanzert. So. Dann würde ich sagen, mach den Außenpost im Arsch. Dann das hier. Und die können mal hier unten hingehen. Und gleich den Bau aufplatt machen. Genau. Und hier unten das. Und hier noch eine Energie oder so. So, Freunde. Den haben wir. Sehr, sehr gut, Freunde. Den haben wir geschafft. Und damit auch diese krasse Mission überstanden. Ja. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. So. Der hat irgendwo hier noch... Ja, Manniken. Ja, ja. Die Manniken. Die muss ich platt machen. Allerdings erst mal hier. Saboteure hier. So. Dann, zack, da drauf. So. Dann das hier platt machen. Genau, Freunde. So, Batsch. Wie bist du mal da drauf? Du gehst auf den Bauhof, bitte. Und machst dich mal unsichtbar. Oh, das war dummes Timing. Ah, verdammt. Egal, dann... Mach dich unsichtbar. Und mach den Bauhof kaputt. So. Damit er sich nicht hier wieder aufbaut. Und zack. Sehr schön. So, das war's. Der baut nur Wüstentruppen. Oh, okay. Gut, dass du mich erinnerst, mein Freund. So. Dann, zack. Der baut nur Wüstentruppen. Das ist so unglaublich. So. Weg damit. So. Batsch. Sehr gut. Den haben wir, Freunde. Die Mission haben wir geschafft. Geil. Wenn das Spiel genau jetzt abstürzen würde. So krass. Saboteurbereit. Ja, die braucht... Ach, du Scheiße. Ja gut, der kriegt auch noch... Hm. Der hat noch einen Raumhafen. Das ist das. Der hat noch... Was macht ihr denn? Komm, schießt ihr auf die Mauer. Was soll denn das, Mann? Was seid ihr denn für eine Hilfe, ey? Was seid ihr denn für eine Hilfe? Jetzt mal ehrlich. Dann auf den Raumhafen da. Weg machen. Brauche er nicht mehr. So. Weg machen. Sofort. Der schießt einfach auf die Mauer, ey. Das ist so... Unglaublich dämlich, ne? So, macht den Sammler kaputt. Bevor ich den nachher noch suchen muss, hier. So. Eigenen Panzerplatt gemacht. Oh Mann, ey. Alter, diese Manneken. So. So, dann... Zack. Weg damit. Weg damit. Und ich glaube, dann haben wir die Mission auch jetzt geschafft. Jawohl, Freunde. So viele Sammler, ey. So krass. Und zack. Sehr gut. Dann direkt den... Alter Schwede. So. Dann... Diese Manneken. Unfassbar. So. Jetzt bringt er den doch nochmal weg. Unglaublich, ey. Unfassbar. So. Naja, gut. Wir haben 9000 Kohle, das ist gut. Aber die brauchen wir nicht mehr, die Kohle. Wieso macht er die Mauern platt? Na gut, wenn er drauf steht, dann lasst ihn die Mauern halt platt machen. So. Aus jedem Gebäude kommen Manneken raus, ne? So. So. Ja, hier. Hallo. Hier, auf den Turm hier. Die kriegst du platt. Batsch. Sehr gut. Nicht auf die Mauer. Äh. Egal. Das passt schon so. Batsch. Sehr gut, Freunde. Dann haben wir die Mission auch. Das ist die nächste Mission. Ja. Die letzte. Mit den Orders. Dann hier. Ja, endlich. Nach dem Turm Marsch. Batsch. Sehr gut. So. Ja, wie gesagt, der Part hat ein bisschen Überlänge, aber dafür ist die Mission jetzt geschafft. So. Dann hier noch diesen Turm hier. So. Wo ist der Sammler? Der hat keinen mehr. Doch, hier unten. Alles klar. Gut. Dann. Batsch. Sehr gut. Dann. Holt euch den Sammler. Sehr gut. Dann haben wir die Mission. Ach ja, Freunde. Das war doch eine sehr anstrengende Mission. Aber am Ende sind wir wie immer siegreich. Der kann es jetzt nur noch rauszögern, was er auch macht. Was er auch macht. Ich wette, der schickt den jetzt ganz hier oben hin. Das wäre so typisch wieder. Ach ja, die Musik, die passt jetzt so zum Schluss. So. Letzte Sammler hier. Genießt nochmal diesen Abschluss der Mission, Freunde. So. Auf euch. Und das war's, Freunde. Sehr schön. Das haben wir wieder geschafft. Ähm. Ja. Die Gegner haben ja ziemlich platt gemacht, wie wir hier sehen. Und wir sind jetzt Basiskommandeur. Sehr schön. Mit 1043 Punkten. Bald werden die Orders über ganz Dune herrschen. So sieht's... Oh. So sieht's aus, Freunde. Oh. Und wir können uns nächste Mission entscheiden, gegen wen wir wollen. Das wird interessant. Ich glaube, ich werde die Atreides nehmen. Weil gegen die Harkonnen mit ihren scheiß Raketen. Das ist nervig. Ich glaube, ich werde die Atreides nehmen nächste Folge. Mhm. Gut. Freunde, dann würde ich sagen, äh... Ich speichere euch das mal unter Mission 9. Spiel gespeichert. Und da würde ich mal sagen... Joah. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.